So, wir sind jetzt im Patong. Pfeifi und ich, da regnet es. Also den besten Tag haben wir uns nicht ausgesucht mit unserer Patong-Aktion, oder? Der Pfeifi ist halt nicht mehr lange da. Was wollen wir dann machen? Wir haben versprochen, dass wir wo vorbeischauen und da haben wir jetzt gedacht, das müssen wir einhalten. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel. Ich schau mal, Tais Maibar. Tais Maibar heißt die? Tais Maibar, ja, hier. So steht sie. Tais Maibar Jetzt sind wir in der Smiley Face Bar. Gut angekommen. Oh ja. Super. Also wir sind hier in der Smiley Face Bar. Schau. Da drüben haben sie alles abgerissen. Es regnet jetzt ein wenig. Aber von der Ratl-Tit da nach diesem Zaun geht es rechts rein. Schuhe rein. Pi? Pi Mai. Pi Mai. Happy New Year. Pi Mai. Ah, your birthday on Happy New Year. Schau mal die Pi Mai. Die hat da ganz großes Aua. Die hat es nämlich hingehauen. You had a shoe and you tripped. Die ist mit dem Schuh umgefallen, aber gut verheilt. Drei Tage her. So, ey. Hübsches Mädchen. Ja. Von Munich. Munich, yes. In einem von Kamala. Von Kamala. Kamala. Von Kamala. Hallo. Die habe ich sofort erkannt. Die habe ich sofort erkannt. Ja. Aber die war doch bei uns. Ja, aber die habe ich erkannt vor drei Monaten abgehangen, wo ich in der Moonschein war. Sieht gleich so Moonschein war. Ja, die heißt das. Ah, nein. Look at me. Da haben wir den Blöden. Süß. Gut. Ja. 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 Das heißt sie süß auf Englisch. Was heißt im Englisch? Ansonsten? Ja. Ja, die sind in die Kam poel. War die Mealtres? Game Name von Da. Wie geht es? Die kamen aus und wieder? Ja, nein. Die kamen von濒 cr скорее vonem soy. Also echt eine schöne Bar hier, oder? Nette Mädels, da kann man echt nichts sagen. Und es ist auch nicht so laut, man hat nicht so 20 andere Bars, die laute Musik machen. Es ist echt angenehm, sitzt man schön. Hier, im so ein, nice smile. Thank you. Hübsches Mädchen hinter mir. Mamasang, sie ist der Boss. Das ist der Boss. Die war letztes Mal bei mir in der Koppelshaus. You were at my restaurant. Ich habe festgestellt, dass die Chefin gar nicht da ist. Aber sie hat ähnlich ausgeschaut. Aber ich habe mir schon gedacht, ich kenne sie auch. Aber ich hätte nicht geglaubt, dass es da jetzt recht ist. Ja gut, wir haben die einmal gesehen. Die hätte es auch sein können, die Chefin. Ich habe mir gerade das Video angeschaut, aber es schaut schon so ähnlich aus. Aber es war sehr dunkel an den Abend. Ja ja, es ist nicht so einfach. Es ist eigentlich auch geil. Aber sie? Give me to the eye, I like it. Sie haben nicht gelogen, dass alle lächeln würden. Everybody, give me to the eye. Schauen auch nicht alle ins Telefon. Meine Mito was ab? Gut. Sehr gut. Was ist dein Name? Mein Name? Michelle. Hast du einen Mann? Nein, ich bin single. Michelle ist single, wenn jemand Interesse hat. Ich will einen kleinen Freund. Ja, ja. Also sie sucht einen reiferen Mann, der sich um sich kümmert. Das ist ein nettes Mädchen. Ein bisschen verrückt, aber wenn einer etwas verrückt ist... Is someone like old lady? No, and also a little bit crazy lady, right? Then you are the right one. Old and yummy, hat sie gesagt. Also das finde ich schon mal gut. The young man. Also ich habe euch die Bar gezeigt. Smiley Face Bar. Wollen wir anschreiben hier und zahlen das dann morgen? Das machen die schon. Können wir das machen? Ja, das kann man dann überweisen. Machen wir gleich mal Schulden. Ja, ja. So sind sie. So sind sie die Bayern. Das sind ja zwei Bayern auch. Wenn ich der Franke bin, müssen wir schon wieder Schulden machen. Ist ja scheiße. Aber wir haben jetzt auch nicht damit gerechnet. Aber die sind so nett hier, die Mädels. In der Smiley Face Bar, glaube ich, ist es. Also wie gesagt. Guter Laden. Und das Schöne ist, es ist nicht so laut hier. Billardtisch ist auch da. Jetzt haben wir noch so ein blaues Teufelsgetränk. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, we drink with us. We drink with us, okay. What do you put? Gin. Gin. Rucolosa. Rucolosa. Sugar. Sugar. And lemon. And lemon. Aloe, aloe. Aloe, nice. Good, good. Very good. A little bit sour, sweet. See you soon. Thank you so much. Good morning. Good morning. A little bit sour, sweet. See you soon. Thank you so much. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. No, you're a crazy one. We're doing now with the car. We have to do a little bit of Sprit. Look, you can do it. You can do it. You can do it. You can do it. I'll do it. I'll do it. It's nothing. So much. So much power. We can do it. We can do it. We can do it. Look at the light. We can do it. And subscribe to our YouTube channel. Thank you. Great. Give me five. Yeah.